Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Rainbow Six Siege Video. Heute geht's für die Stream Highlights, wie ihr sie kennt. Alle, die dabei waren, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst auf jeden Fall nicht ein Like dazulassen, falls euch das Video gefällt. Und falls euch mein Content allgemein gefällt, lasst doch ein Abo da. Und vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Okay, so viel dazu. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video und let's go. Ich speichere jeden Killsteal ab. Und lade Killklau-Meter hoch. Oh mein Gott. Joa, das Video-Material dauert halt nicht lange, bis der was zusammen macht, ne? Ja, ja. Oh, ein bisschen zwei Stunden. Hier muss ich wieder an der Tür. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt hat dich das einfach random beschossen. Oh mein Gott. Bin ich da nicht unten? Oh mein Gott. Doch, sind sie. Dem mir gar nichts versteckt, dem niemand den Dropper versteckt. Alter, Vater. Alter, Vater. Ich muss mir helfen, dass der Verein das verletzt bei Bar, ist der im nächsten bei Trommel, nein Trommel, geradeaus in dem Raum, geradeaus in dem Raum, geradeaus in dem Raum, geradeaus in dem Raum, ist er da drinnen, Karauke oder was? Ja Karauke Das ist halt leider verletzt, zwei Leben noch Das ist Karstel, nee Karstel wurde wiederbelebt, Karstel wurde schon wiederbelebt scheinbar Oh mein Gott Letzter ist halt Karstel, ne? Schön, schön, schön Hatte er denn vor? Das Spiel regt mich so auf, wie viel Teil man da eigentlich haben kann Das ist halt echt, ne, die Valkyrie-Camp ausgeworfen, sie wusste, dass du da kommst Hast du Timo? Ey da, da ist ein Timo bei dir Oh mein Gott Wo ist der andere hier oben? Warte, warte, Intubrogation Fetscher kommt, Treppe, Fetscher kommt, Treppe Der Kapkan hat wieder alles gerissen, man, Kapkan fallen her, für die richtig Jetzt haben wir zwei Spieler gespielt Und beide Spieler mit den größten Scheiß-Maps Völlig Was ist das? Was ist das hier? Ey, die map der Feuerwehr, was war das nochmal? Alter Was ist das denn hier? Nein, 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 nein Na, guck mal den Vigil an Oh, der packt bei mir aus, sein Gesicht ist auf den Boden gezogen, so ein bisschen Alter, was ist das denn? Was ist das? Oh mein Gott Nein Digga, ich denke, wir wollen ihn irgendwie Oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Hey, ich will dich ziehen, du siehst witzig aus Weh dir nicht wehtun, bleib stehen Wie ist das, ich, nichts verstärkt? Digga, das, der Vigil Was ist das denn? Digga, was ist das? Was ist das? Hauf jetzt Digga, mach jetzt Timo damit, Digga Fabi, er rett, du will ihn an den Kragen Wir haben einen Kontrollhaus mehr Wir sind so fucking schlecht Oh lol Was ist denn mit ihm passiert? Ähm Was ist denn mit Carsten los? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus Also dann, hier hat sie mir ein neues gemacht, super Du hast einfach ein neues da neben mir sitzt Genau hier Jetzt haben wir halt die Mira mal, ne? Oh, steht hinter mir da hier Was ist denn hier? Hey, Frost ist ja auch noch hin, du Hab sie, hab sie, hab sie Ja, Frost ist ja links Okay, brennen wir grad aus Hab auch ihn Das ist nice Okay, Leute Das war's mit dem heutigen Video Falls dir das ganze gefallen hat Lasst doch ein Like da Und falls euch meine Videos allgemein gefallen Könnt ihr mich auf jeden Fall extrem mit einem Abo unterstützen Und vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren Dann verpasst ihr auch kein Video mehr Okay, in diesem Sinne Bis zum nächsten Video Haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao